Küge Gegnern Schaden mit Maschinenpistolen zu. Insgesamt braucht ihr 250 Schaden. Das bedeutet, wenn jetzt ein Gegner volles Schild hat und auch blaues Schild komplett, dann wären das 200 Schaden, wenn ihr das macht. Dann bräuchtet ihr noch einen zweiten Gegner oder ihr könnt drei nehmen. Ist gar kein Problem, es wird einfach immer wieder addiert. Was ihr auch machen könntet, ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel Sargent Winter antrefft, den könntet ihr auch abknallen, auch da geht es sehr schnell. Der hat ja ein gutes Schild und dann müsstet ihr bei dem Kill schon eure Aufgabe erledigt haben. Ansonsten jeder andere Gegner, der euch über den Weg läuft. Viel Spaß damit. Ciao, ciao.